Herzlich willkommen zu Prüfungen auf dem Prüfstand. In unserer Videoreihe stellen wir Ihnen die gängigsten Prüfverfahren der Oberflächentechnik vor. Heute befassen wir uns mit dem Thema pH-Wertmessung, mit besonderem Augenmerk auf die Messung von Wasserlacken. In dem immer größer werdenden Segment der Wasserlacke ist der pH-Wert eine wichtige Kenngröße und muss sowohl während der Produktion der Filmbildner als auch der Lacke regelmäßig überwacht werden, um beispielsweise an ausfallende Dispersionsteilchen oder der Pigmente zu verhindern. Aber auch in der Lackverarbeitung empfiehlt es sich, den pH-Wert als Einflussgröße, zum Beispiel auf die Viskosität und das rheologische Verhalten des Lacks, zu überwachen. Die Messung des pH-Wertes mittels pH-Glaselektroden ist scheinbar leicht zu handhaben. Aufgrund der empfindlichen und zum Teil irreversiblen Reaktion eines Wasserlacksystems auf einen falschen pH-Wert ist hier jedoch ein besonderes Augenmerk auf Messgenauigkeit und Fehlervermeidung zu legen. Die Funktionsweise und somit auch Fehlerquellen bei der pH-Wertmessung mittels Glaselektrode sind nicht immer bekannt. Wir stellen Ihnen kurz die Funktionsweise einer für Wasserlack geeigneten Glaselektrode vor und geben Ihnen Tipps, wie Sie Fehler vermeiden können. Der pH-Wert ist ein Maß für die Wasserstoffionenkonzentration. Hierzu stellt man beide Flüssigkeiten an einer Glasmembrankugel gegenüber. Abhängig vom pH-Wert der zu messenden Flüssigkeit lagern sich an der Membranaußenseite entsprechend viele Wasserstoffionen an. Es entsteht eine Oberflächenladung, die sich von der Oberflächenladung der Membraninnenseite unterscheidet. Die Oberflächenladung an der Membraninnenseite wird durch die Pufferlösung bestimmt. Das dadurch entstandene elektrische Potenzial wird mit dem elektrischen Potenzial der Referenzelektrode verglichen, indem die Potenzialdifferenz, also die Spannung, gemessen wird. Da das elektrische Potenzial der Referenzelektrode immer konstant ist, kann aus dieser Spannung der pH-Wert abgeleitet werden. Apparativ resultiert daraus also ein Spannungsmesskreis, in dem die Innenseite der Glasmembran über die Messelektrode und die Außenseite der Glasmembran über die Referenzelektrode und das Diaphragma in elektrischem Kontakt stehen. Moderne pH-Meter haben diese beiden Elektroden als sogenannte pH-Einstabs-Messkette in einer Sonde kombiniert. Bei Glaselektroden gibt es viele Varianten, die je nach Anwendung gewählt werden sollten, da sie viele Vor- und Nachteile mit sich bringen. Dies betrifft vor allem das Referenzsystem, das Membranglas sowie das Diaphragma. Vor der Anschaffung sollten Sie dringend bedenken, in welchem Rahmen Sie den pH-Wert messen wollen. Wichtig für die Auswahl sind unter anderem der pH- und Temperaturbereich, in dem Sie messen wollen, sowie die chemische Zusammensetzung der zu messenden Flüssigkeit. Lassen Sie sich vor dem Kauf auf Basis dieser Informationen beraten. Speziell für die Messung von Wasserlacken hat sich als Referenzsystem die Silber-Silberchloridelektrode im Kaliumchloridelektrolyt als geeignet erwiesen. Kalomel-Elektroden werden aufgrund ihrer Giftigkeit nicht mehr eingesetzt. Die Art des Glases ist aufgrund der milden Messbereiche im Universalglas völlig ausreichend. Beim Diaphragma sollte aufgrund der geringeren Anfälligkeit für Verschmutzungen bzw. Anhaftungen von Lackresten ein Ringspalt oder PTFE-Diaphragma gewählt werden. Wenn man die Funktionsweise der pH-Wertmessung per Glaselektrode verstanden hat, wird auch klar, warum die richtige Pflege und Vorbereitung der Elektrode vor der Messung so wichtig sind, um gleichbleibend genaue Messwerte zu erhalten. Bevor gemessen werden kann, sollte das pH-Meter mindestens einmal täglich kalibriert werden. Warum? Jede Glaselektrode hat einen Nullpunkt, bei dem eine Spannung von 0V gemessen wird. Dieser sollte idealerweise bei pH 7 liegen. Die Elektroden, die Elektrolytflüssigkeiten und der Messkreis des pH-Meters unterliegen aber zeitlichen Veränderungen, wodurch sich dieser Nullpunkt verschiebt. Das muss regelmäßig kompensiert werden. Bei der Kalibrierung mit Pufferlösungen bekannten pH-Wertes kann die im pH-Meter integrierte Offset-Korrektur diese Abweichungen kompensieren. Ein zweiter Einflussfaktor auf das Messergebnis ist die Temperatur. Die Aktivität der Wasserstoffionen ist temperaturabhängig. Das heißt, dass bei gleichem pH-Wert aber unterschiedlichen Temperaturen unterschiedliche Spannungen gemessen werden. Ist das pH-Meter auf eine andere Temperatur kalibriert, als auf die, bei der gemessen wird, ändert sich die Steilheit der Kennlinien, also das Verhältnis der gemessenen Spannung zum pH-Wert. Um die Nullpunktabweichung und die Steilheit zu kalibrieren, ist also mindestens eine Zweipunkt- Kalibrierung notwendig. Bei einem Wechsel der Messelektrode ist selbstverständlich eine Neukalibrierung durchzuführen. Ebenso wie die Kalibrierung vor der Messung ist es wichtig, nach der Messung die Elektrode vor Austrocknung und Kontamination zu schützen. Damit sich Wasserstoffionen an der Glasmembran anlagern können, muss an dieser eine wässrige Quellschicht vorhanden sein. Durch eine falsche und trockene Lagerung verflüchtigt sich diese Quellschicht und das Glas kann schlimmstenfalls rissig und unbrauchbar werden. Deshalb sollte die Elektrode immer in dem Elektrolyt lagern, das auch als Basis für das Referenzelektrolyt dient. Denn so trocknet auch die Referenzelektrode nicht aus und deren Elektrolyt kann nicht durch den Stoffaustausch über das Diaphragma kontaminiert werden. Im Falle des Silber-Silber-Chlorid-Systems wäre das eine dreimolare Kaliumchlorid-Lösung. Zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein paar Tipps für den täglichen Gebrauch geben. Tipp Nummer eins, arbeiten Sie beim Kalibrieren immer mit zwei Pufferlösungen, die mindestens zwei pH-Einheiten auseinander liegen und bestenfalls den Messbereich, in dem Sie messen, umschließen. So können Sie die Steilheit der Kennlinie, die das pH-Meter zur pH-Wertbestimmung heranzieht, am besten für Ihre Anwendung kalibrieren. Tipp Nummer zwei, kontrollieren Sie die Genauigkeit Ihrer Kalibrierung über die Abweichung der Steilheit vom theoretischen Wert. Das ist die Prozentangabe, die bei modernen pH-Metern nach der Kalibrierung angezeigt wird. Dies sollte nicht unter 95 Prozent liegen. Praktisch überprüfen Sie die Genauigkeit, indem Sie erneut die Pufferlösungen messen. Tipp Nummer drei, ein in der Messsonne integrierter Temperaturfühler erleichtert die Kalibrierung. Bei der Messung selbst müssen Sie trotzdem die Temperatur beachten, denn der Temperaturfühler kompensiert nicht die Temperaturdifferenzen während der Messung. Bei der Dokumentation des pH-Werts gehört immer auch die Temperatur während der Messung dazu. Ist eine bestimmte Messtemperatur vorgeschrieben, so ist die zu messende Flüssigkeit entsprechend zu temperieren. Tipp Nummer vier, Glaselektroden haben eine bestimmte Lebenszeit. Nimmt die Einstellzeit des pH-Wertes zu, sollte man vor dem Austausch der Elektrode die Sauberkeit der gesamten Glaselektrode sowie sämtliche Kontakte überprüfen. Allgemein muss die Glaselektrode immer sauber gehalten werden und nach jedem Gebrauch sorgfältig mit voll entsalztem Wasser gespült werden. Tipp Nummer fünf, für die Kalibrierung sollten nur Pufferlösungen verwendet werden, die nach der DIN 19266 hergestellt wurden. Durch Verunreinigung wird aber auch deren Lebenszeit verkürzt. Kalibrieren Sie nicht in der kompletten Pufferlösung, sondern entnehmen Sie kleine Teilmengen, die Sie bei Verschmutzung einfach verwerfen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freuen sich auf weitere Videos zum Thema Prüfungen auf dem Prüfstand. Diese finden Sie auf den Internetseiten der DFO, der EGL und von Besser Lackieren. Prüfung. 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 Vielen Dank.